Willkommen zu Nintendo Direct und meiner wundervollen Reaktion mit euch zusammen. 18. 18, oh mein Gott, endlich Hentai Games in Nintendo. Kein Lob. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Gucken wir. Oh, es geht direkt los, ohne Introduction. Splatoon. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich extrem gehypt war zu allem, was Splatoon anging? Ich freue mich aber. Ich freue mich für die Leute. Splatoon ist immer noch ein großes Ding. Da wurde jetzt ja erst... Müsste das jetzt nicht das nächste DLC sein, wo ihr es beim letzten Mal nicht angeteast? Why are you white? Es gibt neue Splatoons. Sperm... It's the cum DLC. Das wird ganz kurz angeteast, neue Story-DLC. Ja, genau. Genau, das hatte ich nämlich auch noch auf dem Schirm. Alter, also die weiße Flüssigkeit hinten in dem Tetra-Pack, was sie auf dem Rücken trägt. Ich weiß ja nicht. I'm not your enemy. Ah, die Musik geht schon wieder hart. I'm 8. Es ist die 8. Eine Palette? Uh. 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 Alter, das sieht ultra schick aus. Und wie viele Paletten gab es bitte? Wie viel Content ist das? Das sieht aber mehr aus als nicht wie ein Story-DLC. Ah, schon. Aber das, was die die ganze Zeit gezeigt haben, war so Roguelike-mäßig gefühlt. Erweiterungspass. Alter, was ist das? Ruf zur Ordnung. Kingdom Hearts oder was? Nein, ja, ne Groguelike. Ah, sorry. Moin. Guten Tag, guten Tag. Erste Verwarnung. Scheiße. Das sieht halt echt cool aus. Das ist nice. I like. Ich dachte, es werden nur Sachen gezeigt für das Wintergeschäft. Obwohl, früher ist in Away ja auch noch Wintergeschäft. Geht ja quasi ins nächste Jahr über. Auf geht's. Oh, oh, oh. Es kommt wirklich ein neues Mario vs. Donkey Kong. Ich raste komplett aus. Donkey Kong. Affe, 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 Affe. Boah, die waren für den DS so geil. Oh mein Gott. Es ist aber Real Talk so traurig. Ich will ein Full-Fledged-Donkey Kong-Game. Aber das ist ultra geil. Das ist ultra geil. Das werden wir so durchsuchten. Oh, die waren so gut. Oh, das kleine Rino. Ja, man greift an den Affenschwanz. Dann hat der einen Affenschwanz. Die Remaken wirklich alles von Mario. Die haben jetzt verstanden, dass Remakes schlau sind. Und das ist das Foreshadowing, Freunde. Das ist das Foreshadowing. Heute gibt's Wind Waker und Twilight Princess Remake. Denn nicht nur Mario wird Remake, sondern auch Zelda. Und Blatt bohren für die Switch. Boom. Boah, ich liebe Affen. Ich liebe den. Du bist doch Fernsehen. Er. Er ist es. Co-Op. Lass drauf als Remake. Oh, ist das toll. 16. Februar. Oh, geil. Ey, es macht mir so Angst. Es macht mir so Angst. Prince of Persia. Ähm. Dass dieser Leaker, dieser Typ im Internet, der damals auch Mario RPG und so vorher gesagt hat, jetzt wieder recht hatte. Woher hat der seine Infos? Die können da doch nur einbrechen. Wie machen die das? Oder der. Der Nvidia League. Ja, der war der krasseste. Auch einfach, weil du durch die Nvidia League halt so eine Bandbreite an Spielen mitbekommen hast. Weil das ja nicht auf ein Entwicklerstudio irgendwie zugeschnitten war, sondern so. 10.000 neue Games. Gib ihm. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, All in All, finde ich, ist das Spiel cool. Aber es ist für mich kein Prince of Persia. Es ist ein cooles 2D-Side-Scroller-Game. Aber es ist nicht Prince of Persia. Ja, Mann. Vrum, vrum. Geil. So, Freunde. Und ihr müsst jetzt bei jedem Spiel drüber nachdenken, welche Games hiervon wurden wohl mit Unity entwickelt und sind nächstes Jahr bankrott. Den geht's gar nicht gut. Stell euch vor, ihr seid jetzt so in Entwicklung bei einem Spiel seit mehreren Jahren und das ist alles mit Unity und ihr kriegt die Info von gestern dann plötzlich so mit. Ich wäre so sauer. Nach der Präsi. Ey, ich hatte recht. Ein Rhythmusspiel. Eins. Info Unity. Äh, Unity hat eine neue, äh, eine neue, ähm, Policy eingeführt ab dem 1. Januar nächsten Jahres. Ich glaube, du musst insgesamt 200.000 Dollar oder so gemacht haben, aber jeder Install, Install, der gemacht wird, kostet den Developer 20 Cent. Das bedeutet, wenn du dein Game beispielsweise in den Game Pass ballerst, Spy X Family? Anja Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. Oh? Er auch pirated tatsächlich. Weil die haben das in die Engine eingebaut. Oh, das sieht richtig knuffig aus. Das sieht auch wirklich aus, wie aus dem Anime gegrabt in ein Spiel gepackt. Mario's first RPG adventure returns. Fair. Super Mario RPG ist back mit updated graphics. Wirklich. Das wird mein neues Undertale, Freunde. Ich will nur noch darauf reduziert werden. Ich mach das mit Dead by Daylight, Lack. Ich hoffe, die haben das mit Unity gemacht. Ich reiße Dead by Daylight in den Tod. Ich liebe dieses Spiel. Boah, das war so bockschwer auf dem SNES, ne? Ich hab richtig Angst, wie das wird. Ja, Mario sieht richtig süß aus. Nochmal? Noch schwerer. Aha, die Mocke. Das ist mein Vorgeburtstagsgeschenk. Ach, ist so toll. Ich freu mich so. Oh? Oh, ist das die von dem DS-Spiel? Äh, wie hieß das? Dieses Wodosod. Oh, Another Code hieß das. Was? Alter, das war so geil. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh. Holy. Alter, das war auf dem DS so geil, weil du hattest immer diese Dialoge und musstest das dann so wie so ein Buch quasi halten. Es gab noch ein anderes Game, das hieß Hotel, äh, das, äh, Hotel Room 215 oder so. Das ging in die, in die andere Richtung. She also meets a mysterious boy. What truth are you actually in this place? No matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Boah, sieht das gut aus. Who are you? Holy. Ey, was? Ich glaube, Nintendo hat seinen Spirit zurück. Ohne Scheiß. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Die letzte Direct war absolut geil und die knallt jetzt auch schon komplett rein. Hotel Dasgleich wird aber deswegen dir gekauft. Ja, geil. Oh mein Gott, wie gut. Küsse. Küsse, mein Mann. Alter, was geil. 続いてはこちらをご覧ください. Mehr Infos zu dem Peach Spiel? One day, a loyal Toad presented a flyer advertising a show with the Sparkle Theater. Oh. Princess Peach and some Toads went to go see it. But then. The wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their red entrance and took the center stage. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Kein Wunder, dass sie die immer trägt. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's Ribbon to face off against the Sour Budge. Einfach Common Ashamed. Ist so. Ich will keine NPCs hier. Kein Opfer. Das reicht nicht. Oh Mann. Oh. Cinderella. Das Internet wird glühen hier nach. Shona. Ey, yo. Boah, sieht das gut aus. Haha, die haben so eine große Nase. Ich lieb's. Was kann dieses Game alles? Was? Und jetzt ist Peach fett. Achso, nee. Konditorei. Okay. Ich dachte, die gehen einen anderen Weg. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul themes. Wie geil. Was? Gib mir Barbie-Vibes. True. Schon so ein bisschen. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, ja, ja. Immer diese Vorbestellung. Bla, bla, bla. Never pre-order anything. Nett. I like it. Gibt's Barbie-Speech? Like. Schlagzeilen. Hab für dich gefragt, ja, ne? Ich hasse ihn. Und der King of Darkness, der recently reawakened. Oh mein Gott. Was? Könnte ich nicht. Er ist ein Comedy-God. Das ist so. Das stimmt. Wie die Geschichte entfällt, ist in deinen Händen. Die Auswahl, die du hast, können unterschiedliche Schritte unlocken. Mehr als je früher gesehen in der Saga-Franchise. Das hast du etwa die Leaks gesehen, ey. Lake? Leak. Leak ist einfach ein Anagramm vom Leak. Oh mein Gott. Jetzt hab ich dich. Ich hab übrigens gerade, als ich meinen Mund aufgemacht hab, hat irgendwas geknackt. Ich glaub, mein Kiefer ist durch. Ich halte ihn jetzt lieber fest. Ich hab Angst, dass ich meine Zähne verliere. Warum bringen die Tomb Raider auf die Switch? Was? Also cool, aber ha? Lara Loft. Genau die. Boah, ich hab mir so auf das Genick gebrochen. Also das Remake sieht schon echt gut aus. Oder Remaster ja eher, nicht Remake. Die Grafik ist echt hübsch. Polygone. 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 Remastered starring Lara Croft. Launches on Nintendo Switch. February 14. Pre-orders beginn on Nintendo-e-Show. Pre-orders beginn. Detektiv Pikachu. Das sah glaub ich auch gut aus, oder? Da haben die doch auch schon bei der Letzte was gezeigt. Ich werd niemals darüber hinwegkommen, dass Pikachu redet. Das ist einfach falsch. Und auch noch diese... Er Bergmann? Warum ist der Bergmann da? Tim interviewt People. Pikachu interviewt Pokémon. Und they find the truth together. Wir müssen Dena finden. Follow Sense with Growlithe. Smash Rocks with Darmanitan. Und er hat seine Scheiß-Nuke. Ich hasse es. Können Tim und Pikachu solve all the Mysteries und find Harry? Hinter dir ist ein Mewtwo. Oh. What the fuck? Was ist jetzt da schon bald? Oh. Das kommt für die Switch? Geil. Ich hab's nie gespielt, aber ich hab sehr viel Content dazu gesehen. Das ist so dumm. Boah, das ist doch mit dem Joy-Con so gut. Was? Man kann seine Hand da so vorhelfen. Geil. Boah, das wäre nice, wenn da Nintendo-Songs bei wären. Vier gleichzeitig? Boah, das ist wie das beste Partyspiel aller Zeiten. Your way to victory in these Nintendo-Switch-Games. Yeah. Fucking Battle-Crush. Urus, heißt das doch nicht der neue Energy-Drink? Ja, your opponents help down to zero and deliver a finishing blow. Tchuuu. Or shove them off the collapsing terrain to win. Gunner-G. Da war Mike Lotzkowski. Allies. Slay. Ich glaube aber, dass das eine ziemlich große Fanbase hat. Bei der großen... Also, ganz gesamt gesehen von Nintendo-Switch. Gerade wenn's for free ist. Das sieht aus wie eine Cloud-Version. Das läuft doch niemals nativ so auf der Switch. Before Battle, equip your Mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to four players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. Cloud-Version. Riech in Deutsch. Konsolen-Exklusiv. Uuuuh. Contra ist auch so... Boah, sieht das geil aus. Boah, Contra ist auch so bockschwer, ne? Ich liebe Contra-Kart. Und das Spiel. Mit easy pick-up-and-play-Controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful superattacks and a four-player-coop-mode. Four-player-coop. Contra, Operation Galuga, storms on to Nintendo Switch early next year. Nice. Liberate your kingdom. Das ist das Feuer-Emblem. Das ist das Feuer-Emblem, oder? Es ist das Feuer-Emblem. Wenn es nicht Mario ist. Wenn es nicht Kirby ist. Wenn es nicht Meister-Detektiv-Pikachu ist. Dann ist es das Feuer-Emblem. Ich finde es halt immer beeindruckend, wenn man so solche Spiele sieht. Wo man wirklich zu... Also... Vielleicht ist es auch nicht Feuer-Emblem. Aber überhaupt so das Spiel, wenn man das jetzt gerade betrachtet, wie man das ja anscheinend spielt. Dieses Spiel hat wirklich... ...absolut gar nichts. Was mich anspricht. Also gar nichts. Ich freue mich für die Leute, die das Spiel spielen und die damit Spaß haben. Aber ich gucke mir das an und ich denke mir... ...nichts davon. Sieht interessant aus. Jürgen Vogel. Ja, ich glaube, der spielt sowas. Von Atlas. Oh, Quatsch. Okay. Das Einzige, was mich abholt, ist der Name. Unicorn Overload. Okay, das ist schon geil. Hello Neighbor 3? Luigi's Mansion 2, das Remake. Ich habe so Bock, Mann. Es wird so geil. Vielleicht wird das dann auch endlich gut. Das war auf dem 3DS schon ein bisschen scheiße. Boah, das mit guter Steuerauflauferswitch. Boah, ich bin beim Endpost so ausgerastet. Nice. Boah, sieht das gut aus. I like. Ich finde, das Spiel sieht aus, als ob es halt so ein Remake bekommen soll. Aber als wäre es noch nicht so ganz gepolished. Es sieht aus wie so eine Budget-Version von dem neuesten Luigi's Mansion. Was es aber irgendwie voll passend macht. Weil es ja einfach nur ein Remaster ist von dem zweiten Teil. In this game, you'll find Ghosts hauntings from the former Plant Research Lab. Nice. Das ist doch We Were Here. Die erklären gerade ein Spiel, was 2013 rauskam, ja. We Were Here. Ich habe Tobi aktiviert. Nein. Die hatten beim Laufen gerade original alle 10 FPS. Sommer, okay, krass. Nice. Wie lange haben wir noch Zeit? 15 Minuten, okay. Wind Waker und Twilight Princess HD Remake. Jetzt, jetzt, jetzt. Mario Maker 3. Was ist es? Man kann jetzt in Containerhäusern wohnen. Es ist was mit Mario. Aber was? Squid Game in Nintendo. Es kam ein geiles Game. Another Code kommt als Remake für die Dings. Das war ultra krass. Nintendo Museum. Geil. Ich will ja nach Japan so. Es liegt ja nicht an mir. Also ja, ich habe kein Geld. Es liegt an mir. Ja, okay. Ja, ja, ihr habt der Rechte. Oh, der Rechte. Oh. Noah, das bin ich. Links. Minecraft Steve. Boah, sieht der geil aus. Cool, ey. Boah, der sah richtig gut aus. Shit. Alter, der wird safe limitiert und der wird richtig teuer über die Theke gehen bei Ebay. Twilight Princess. Okay. Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess. F-Zero tatsächlich? Als fucking ob. Es ist doch irre. Diese Leaker sind so krank. F-Zero Game. Mittlerweile kann man Leakern trauen. als ein 99-Player-Battle-Royale. Was? F-Zero 99. Der KS kriegt das Tetris-Paket. F-Zero Kurses mit Machinen von der originalen Super NES. Geil. F-Zero Kurses mit Machinen von der originalen Super NES. F-Zero Kurses mit High-Speed Races. Aber be careful. Boah, das ist schon nice. Das sieht aus wie kompletter ADHD-Overload. Oh, ist das cool. Boah, Nancy da vorne ist richtig gut. Der ist einfach Zweiter geworden. Das Pixel-Land sieht richtig hübsch aus. Riecht gut. Och, die Mucke. Och. Nach der Präse. Geil. Wenn ihr direkt nach der Präse spielt, könnt ihr ihn besiegen. Der macht euch komplett fertig. Wer ist er denn? Das sind Yordles. Was? Oh mein Gott. Was ist das lieb? Oh Gott, nein. Da war das Stardew Valley Fishing. Heimatdinger, den kenne ich sogar beim Namen. Süß. Sehr, sehr süß. Uh. War das nicht Heimatdinger? Das war Quarky. Sag ich so. Sag ich so. Sag ich so. Das wird glaube ich auch sehr witzig. Der Belegschaft mal was Gutes tun. Hält nicht wahr. Den Stürmer. Willkommen auf Party Party. Können wir den nochmal kurz gleich sehen? Ich würde gerne nochmal, ich möchte nochmal kurz sehen von hinten. Was der da gerade getan hat. Also Freunde, wenn ihr irgendwas machen wollt beim ersten Date, spielt unbedingt dieses Spiel. Wenn ihr euch danach noch mögt, dann ist es, dann ist es so. Dann, dann habt ihr alles erreicht. Boah, da kann es ja nur awkward aussehen. Das ist einfach Squid Game. Scrap, scrap, scrap. Der hat ihn seinem Arsch gemacht. Robbe, Robbe. Wow. Gib kein Robbe, Robbe. A heroik tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an Empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes, who can join their cause. Da ist die Tür. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. Leute, was ist mit euch? Treve-Level. Treve-Level. Octobab-Treve-Level. Wenn man nichts mehr entgegenbringen kann, dann gehe ich auf die Rechtschreibung. Das klappt immer. Kass mich mit tragen. Verständlich. Oh, Picross? Das ist, äh, Eastwood, stimmt. Oh, DLC. Ich wollte das seit Jahren. Ich weiß nicht, wie lange ich schon draußen bin. Ich wollte das auf jeden Fall schon ewig gespielt haben. Weil das richtig gut aussieht. Fast Picross, ja. Pause vorbei, aber direkt wichtig auch. Ach, kündige einfach. Und wenn du neu zu Eastwood, don't worry. You can access the DLC, even if you haven't played the main story. Eastwood, Octopia, ventures on the Nintendo Switch this winter. Bei wie vielen Games trifft das zu? Oh. Heute Abend ist State of Play, ja. Um 23 Uhr, glaube ich. Aber ich glaube, da werden nur Games gezeigt, die man schon kennt, oder? War das nicht so? Ich meine, da was gelesen zu haben. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Oh. Oh. Oh, warum? Oh. Oh. 10.000 Stücke. Die auf Playstation erscheinen von Indien und PS bis hin zu den größeren neuen Tüten. Das heißt, es gibt kein Bloodborne 2. Dave the Diver. Oh, das soll auch richtig, richtig gut sein. Eigentlich nur Gutes von gehört. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. a favour scanning underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 20th. Kauft ihr das mal für semen Parts. Gau das zusammen- spiel. Ach, wenn man krank ist, kann man nichts kaufen. Ich werde sowas von Diddy Kong spielen. Funky Kong ist der Crack-Dealer. Und von Mario Kart Tour, Pauline. Boah, lasst es bitte nach das Letzte. Es gibt ja mal ein Spiel, was ganz am Ende noch gezeigt wird nach diesem Slip. Lasst es eine Ankündigung sein, dass so ein großes Collectathon-Game kommt von Donkey Kong. Dann bin ich glücklich. Dann halte ich die Schnauze. Für immer. Ja, da kommt auf jeden Fall nochmal eine einzelne Direct-Bude, die die ganzen Strecken nochmal genauer zeigen. Donkey Kong X-256 Wind Waker. Ja, Mann. Das wäre mal ein Ende. Donkey Kong. The Wind Waker. Bride of the Wind. Endlich. Endlich. Ja, Mann. Gibt es eine neue Map? Es gab doch noch nichts am Strand, oder? Metroid? Warum hat das gerade so ein Metroid-Vibe? Das ist eine neue Map, oder? Ja. Kein Pilz. Neuer Game-Mode? Der Gommel-Mode? Der haut auf den Pilz. Das ist ein Toto-Arschloch. Wee. Okay. Die Frage ist, wird das dann Konsolen-exklusiv, oder nutzen die einfach nur die Bühne dafür gerade? Oh, stimmt. Neue Map bedeutet ja auch ganz viele neue Tasks. Oh, wie toll. The Fungal. Diana wird begeistert sein. Nice. Oh, wir haben nur noch zwei Minuten. Auf einige der bereits angekündigten. Nee. Nee. Dann zeigen die jetzt nochmal Mario Bros. Ah ne, Mario Bros. kommt glaube ich erst im Oktober, ne? Mario Bros. wird so geil. Dieser Buf, wie der tanzt. Boah, ich will, dass das One More Thing mich komplett aus dem Leben schallert. Ich will mich gleich auf den Boden legen müssen. Stimmt, das wurde angekündigt. Fabi, das hast du verpasst. Mario vs. Donkey Kong. Kommt. Das hat uns ultra überrascht. So. Letzte Ankündigung. Bitte, 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 bitte. Lass es ein gutes sein. Ist es Mario Party? Paper Mario? Was remaken die denn alles? Die haben das Line-Up für die nächsten vier Jahre. Das ist das Alte. Holy fuck. Nintendo hat einfach verstanden, dass Remakes ankommen. Es ist insane. Die Remaken ja jetzt momentan alles von Mario. Absolut geil. Boah, sieht's gut aus. Oh. Boah, wäre ich gerne der Koopa gewesen. Dumpfnuss. Wie bitte? Dumpfnuss. Dumpfnuss. Ein Schwein. Dumpfnuss. krank. Wann wollen die das noch rausbringen? Wird es überhaupt ein Release geben? Oder ist das nur Ankündigung, dass wir es machen? Heute, wahrscheinlich. Ja, genau. Shadow Drop. Genau, nach der Präsi. Ciao. Ist auch for free übrigens. Ich meine, ist ja schon mal rausgekommen. Was bedeuten diese vier Zahlen? Zusammengerechnet sind es acht. Ich will sich freuen. Süß. Ey, insane. In acht Tagen. Ja, Kuss. Kuss, Bruder. Nice. Ey, war eine gute Direct. Ich muss zugeben, die letzten Directs, die sie jetzt gehabt haben, die waren alle echt solid. Also die sind von ihrem, von ihrem, ähm, Image wieder runtergekommen, dass die Directs einfach alle scheiße sind und nur noch Kacke entwickelt wird und gezeigt wird. Äh, die waren echt, das war richtig gut. Sehr gerne, Lake. Viel Erfolg beim, beim Worken. Ich wünsche dir, dass die Zeit schnell vergeht. Mein Lieber. Ja, gute Direct. Gute Direct. Ich bin sehr gehypt auf das, äh, Another Code Remake. Das wird, das wird sehr geil. diese Zeit, dass diese jetzt jetzt auch nicht mehr gut gemacht sind.